meine herren das sind wir in kleinen neue folge mein gott wir haben geschafft wieder ein neues wiederholzuladen aber das ist doch lecker wenn man hätte also noch mal herzlich willkommen zu ein neues video minecraft bett was auf nervus net punkt da hier oben ich bin gehypt und sonst ist auch gehypt also meine damen herren was machen wir jetzt wir machen wird was natürlich und zocken minecraft money also das eine video wo stand nanny ist bei euch ja eigentlich gut angekommen ein monat und dann so gute bewertung also halt likes 8 likes auch habe ich keine ahnung wie viele waren das nicht schön so das schon mein teammate hat verlassen oh das war ein bisschen lack nein oh nein oh Hoho! Hehehe, schade, ich war gerade angespannt, aber ja, mein teammate geht jetzt da durch, nice. Oh mein Gott, ey, hab ich mich gereicht. Ach! Fuck. Oh! Komm, teammate, das schaffst du. Mein Gott! Wie hat er so viele Blöcke gekauft, was ist das denn? Oh lol. T-Mate, T-Mate, T-Mate. Nice! Oh! Oh, pfff! Okay, hat er gerade richtig verkackt. Er hat alles verkackt. Oh mein Gott, mein T-Mate kann nicht was alleine schaffen, ey. Der ist schlecht. Ich laufe da noch, ey, ich bin so dumm, ich laufe da noch da rein, ey. Ich bin so ein idiot, teammate. Ich bin so ein idiot, ey. Ich bin so ein idiot, ey. Leute, idiot. Pfff, pfp Quartex, Junge, der ist sehr... Das war der schlechteste, teammate ever. So, meine Damen und Herren, zweite Runde. Äh, wir haben... Bad Game. Mein Gott, das ist fein. Leute, da sind wir jetzt, zweite Runde. Zweite Runde, wir haben den einen, Maid, bisschen... Geschlagen. Aber der war richtig scheiße. Aber, ja, was soll man machen? Ist halt Nervus-Server. Ein Thema gibt's, äh, gibt's, das scheiße ist. Äh, es gibt ein Thema, das nur Reducer sind. Und es gibt nur ein Thema, das einer, einer von den Themen jetzt scheiße ist. Ja, und das hatte ich gerade. Nur schnell runterspringen, aber... War doch safe. Also, meine Damen und Herren. Ähm, wir springen da, wir springen dort. Wie gehen links oder rechts? Links oder rechts? Angebe ich, angebe ich hier. Scheiße. So, da war er eigentlich ein guter Team-Mate. Bitte hack nicht, bitte hack nicht. Oh, Logi. Also, da sag ich so, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschülelein.